ja guten morgen erst mal und willkommen zu einem neuen tag im leben der versicherung ich bin's linda morgen ja und ich sag euch ganz schön tricky hier mit dem kaffee in der hand schön voll natürlich und hohen schuhen an hier lang zu stolpern ich werde ich was kleckern das morgen ich sag euch das wird eine sauerei und die wird so mäßig teuer für mich da kann ich nur froh sein dass ich eine private haftlich versicherung habe die alles sowas bezahlt da sind wir ja gleich beim thema für heute schöne einleitung linda naja heute soll es uns also um private haftlich versicherung gehen brust ich weiß pflichten haben wir ja alle nicht gern aber es ist echt richtig richtig wichtig was beinhaltet das und da habe ich euch jetzt was noch spannenderes mitgebracht so da haben das das bgb das bürgerliche gesetzbuch und da lese ich euch jetzt mal was daraus vor schon geht's los schaut euch das an wahnsinn schriftgröße 6 durchgehend paragraf 823 die schadensersatzpflicht wer vorsätzlich oder fahrlässig das leben den körper die gesundheit die freiheit das eigentum oder sonstiges recht eines anderen widerrechtlich verletzt ist dem anderen zum ersatz des daraus entstehenden schadens verpflichtet versteht ihr kein mensch das bedeutet eigentlich nur wenn ihr miss gebaut habt müsst ihr dafür gerade stehen mehr steht hier gar nicht drin und das kann verdammt noch mal richtig teuer werden stellt euch mal vor ihr seid auf der ski piste und ihr fahrt mit dem skier richtig schön schnell und mit dem snowboard soll er immer schön schnell gehen und überseht gerade ein paar andere skifahrer und raster volle kanne rein erst mal die skier kaputt die eine sache und dann lasst den einen mal blöd fallen ob er sich jetzt knochen bricht oder noch schlimmer sogar querschnitts gelähmt ist das bedeutet natürlich für euch ihr müsst ja schadenersatz leisten für ihn und schmerzensgeld und teilweise könnt ihr echt euer ganzes leben an solchen sachen zahlen ich würde jetzt aber gar keine angst machen weil einige von euch haben stimmt über eure eltern eine absicherung in der form weil schüler studenten oder auszubildende wie ich sind da noch mitversichert und für den rest ich sage euch nochmal ganz klar was ich denke und zwar die private haftpflichtversicherung ist wirklich ein muss für jeden ja und wenn ihr noch mehr über versicherungen wissen wollt oder weitere videos sehen wollt dann geht einfach mal auf diesen link